Stimmt das eigentlich, was man so sagt über Piloten? Ich meine, deine wievielte Frau im wievielten Hotelzimmer ist das, hm? Träumst du nicht auch manchmal von so einem richtig kitschigen Himmelbett aus Eichenholz, in dem jemand wartet auf dich, bevor du nach Hause kommst? Eine Frau, die dir die Krawatte bindet und einen Spiegel allbret, bevor du aus dem Haus gehst? So voll die Co-Pilotin fürs Leben quasi. Wenn du jeden Tag nur das Blau vor dir siehst, unter dir, an Meerauswolken, über dir die Unendlichkeit, dann bist du überall zu Hause. Lina? Ich muss zum Flughafen. Wo fliegst denn hin? Wunderschönen Garten. Sechzehn Grad. Einundfünfzig Minuten. Achtundvierzig Nord. Acapulco. Weiter. Exat 7223 Kilometer in 9 Stunden, Sao Paolo, weiter durch ein Gewitter mit starken Interpolisen. Untertitelung des ZDF, 2020